Frau Merkel, was denken Sie über das Amt der Bundeskanzlerin? Es ist zu mir gekommen. Mein eigen, mein Liebes, mein Schatz. Äh, sonst vielleicht noch irgendwas? Mutti, Mutti. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamers Global Zuhörer, zu einem weiteren Montag-Morgen-Podcast. Heute mit einem, äh, ja, äh, unerwarteten Gast, nämlich mit unserem Ex-Praktikanten Hagen. Hallo Hagen. Hallo Benjamin und an unsere Zuhörer Grüße aus den unbekannten Osten Deutschlands. Äh, heißt das nicht Dunkel-Deutschland? Also hat man zumindest häufiger mal Leute sagen gehört. Ich weiß gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber, äh, ja, das ist, äh, vielleicht ein Thema für einen, äh, politischeren Podcast, als es der unsere ist. Und, äh, Politik ist ein gutes Stichwort. Äh, wir haben, äh, diesen Podcast tatsächlich schon in der Vorwoche aufgezeichnet, das heißt, bevor die Bundestagswahl, äh, stattgefunden hat. Also wundert euch nicht darüber, dass wir, äh, ja, nicht zur Sprache bringen, warum Angela Merkel die absolute Mehrheit geholt hat oder vielleicht halt auch nicht. Ja, äh, genau, Hagen, aber wir fangen doch einfach mal mit dem an, was, äh, die, äh, User am meisten beschäftigt, nämlich, was haben wir denn zuletzt gespielt? Bei dir weiß ich so ein paar Sachen. Ja, das, äh, lässt sich ganz gut nachverfolgen auf der Seite, weil ich ein paar Tests abgeliefert hab. Zum einen, äh, Divinity, Original Sin 2, wirklich ein sehr gutes Gruppenrollenspiel, wo ich dann auch, äh, meinen Spaß hatte beim Testen. Und Pokémon Tekken, nicht Pocken, weil das zu sehr nach Krankheit klingt in Deutschland. Genau. Ja. Nee, aber, äh, du kannst ja trotzdem noch mal ein bisschen was, äh, zu, äh, Original Sin 2 sagen. Was hat dir da so mit am besten dran gefallen? Am besten gefallen hat mir schon eigentlich die, äh, Tatsache, dass es mich immer wieder überrascht hat mit seinen kleinen Geschichten. Dann läufst du halt durch die Pampa und plötzlich sind da brennende Schweine, die offensichtlich verflucht wurden und dann kombinieren die das noch perfiderweise mit Öllachen und Giftwolken und, äh, die Hälfte deiner Party ist eventuell gerade über den Jordan gegangen. Mhm. Kann Spaß machen. Ja, kann's. Je nachdem, wie man eingestellt ist. Ja, klar, kann's natürlich auf jeden Fall. Also, ich mein, brennende Schweine, das, äh, klingt fast so ein bisschen, äh, wie, Humor, äh, Anleihen aus, äh, Fallout, beziehungsweise auch aus Wasteland. Das hat ja auch so ein paar ähnliche, äh, Elemente. Das ist ja auch so ein, ja, 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 Humor der ganz besonderen Art, äh, von daher. Ja, ja, gerade bei, äh, Divinity, das hat ja viel Anleihen von Pen & Paper oder will es auch so sein wie so ein Pen & Paper nur in digital? Total und bei manchen erzählerischen Einschüben hast du schon das Gefühl, dass so ein, ja, vollbärtiger Spielleiter gerade über seinen Schirm linzt und dir zuzwinkert, weil er jetzt voll den super Witz gemacht hat. Mhm. Ja, ich hab, selbst hast du, äh, Pen & Paper Rollenspiele irgendwie privat mal mit Leuten gespielt, weil ich selbst bin damit ja tatsächlich nie in Berührung geraten. Ich hätte da zwar immer mal Lust drauf gehabt, aber auf der anderen Seite sowas ist ja auch mindestens ein abendfüllendes Programm. Und, äh, ja, weiß ich nicht, deswegen ist es dann bei mir, hab ich dann in letzter Sekunde doch immer Abstand davon genommen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Pen & Paper Rollenspiel gespielt? Oder Tabletop-Geschichten und so? Nee, da hatte ich auch nur indirekt Kontakt mit. Ich hab sogar eine Freundesgruppe, die sich regelmäßig trifft, aber das hat bei mir dann terminlich leider nie so hingehauen, dass ich mal wirklich mitmachen konnte. Und die Schweine wollten nicht brennen, egal was ihr getan habt wahrscheinlich. Genau. Ja, äh, Pokémon Tekken DX hast du ja gerade auch noch erwähnt, äh, der, äh, den Test, den hab ich tatsächlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gelesen. Den, äh, wirst du jetzt, äh, kurz nach dem Podcast oder vielleicht auch morgen, äh, dann entsprechend noch, äh, einreichen, äh, damit ich mir den anschauen kann. Äh, wie hat dir das gefallen? Äh, das ist ganz witzig auch, weil ich ja, äh, in meiner Zeit bei GG vor Ort auch Tekken 7 getestet hab, da hatte ich dann so eine Gegenüberstellung und es, äh, gefällt mir nicht so gut wie Tekken 7, aber es ist schon auf jeden Fall auch ein, äh, ordentliches Prügelspiel, halt auch ein bisschen anders durch sein Phasensystem. Das kann auch durchaus Spaß machen, wenn man überhaupt nichts mit der ganzen Pokémon-Thematik am Hut hat. Ist auch sehr einsteigerfreundlich und, äh, dadurch, dass man's mit einem Joy-Con-Quer schon spielen kann, eigentlich wirklich sehr gut, um mal einen Kumpel einzuladen, zu sagen, hier, nimm den anderen und haut man sich ein bisschen auf die Rübe. Dafür ist halt längerfristig schon, grad durch das Attacken-Repertoire, nicht ganz so viel Langzeit-Motivation drin. Ist es denn so, wenn, äh, also ich mein, wie gesagt, das ist einsteigerfreundlich, hast du schon gesagt, also gegen die KI, ähm, hatte ich zumindest, solange ich das gespielt hab, jetzt auch, äh, keine allzu großen Probleme. Spaß gemacht hat's trotzdem, äh, äh, da die Attacken auszulösen, weil mit Button-Mächeln kommt man da notfalls immer durch. Ähm, wie, wie ist, äh, ist das, äh, ist das, äh, gegen andere Spieler, äh, dann ähnlich? Was, was ist da deine Einschätzung, äh, also kann man da mit Skill, äh, sehr wohl viel, äh, tief in aus dem System rausholen? Ja, das habe ich, äh, festgestellt, als ich dann, äh, doch mal auch Online-Mitspieler gefunden hab, da hat's auch nicht geholfen, wenn ich Figuren genommen hab, von denen ich schon wusste, welche Attacke was macht, die können einen ganz schön abziehen. Und zwar nicht nur jetzt irgendwelche Japaner, die das schon, äh, wochenlang kennen, sondern auch welche, die jetzt nur ein paar Spiele mehr hatten als ich, zumindest laut ihrer offiziellen Kampfstatistik, die nennt ja dann nur Online-Kämpfe. Ich glaube, ich muss doch mal, äh, auch gegen dich antreten, wenn man eine Gelegenheit hat, äh, 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 finden. Äh, gerne, gerne. Und mal schauen, äh, wie ich mich, äh, da so schlage. Äh, weil ich glaube, so hundertprozentig, wie, äh, was jetzt genau an Attacken funktioniert, äh, hatte ich noch nicht, äh, ganz durchblickt. Aber wer weiß, äh, vielleicht unterschätze ich mich da ja auch ein bisschen. Ja, ansonsten, äh, ja, bei mir kann man auch im Prinzip nachvollziehen, äh, was ich so zuletzt, äh, gespielt habe. Ähm, ähm, ja, äh, FIFA 18, ähm, der Test ist ja, äh, online, äh, kurz nachdem der PES 2018-Test auch online gegangen ist. Und, oh Wunder, oh Wunder, äh, FIFA, äh, ist dieses Jahr auf jeden Fall doch nochmal eine ganze Ecke stärker, als das, äh, PES ist. Das natürlich auch ein bisschen geschwächelt hat, äh, muss man dazu sagen. Aber gerade eben, was die spielerische Seite angeht, äh, hat FIFA doch, äh, einiges dazu gelernt dieses Jahr. Das spielt sich wesentlich dynamischer und es sieht auch, äh, äh, wesentlich realistischer aus, was jetzt, äh, Zweikämpfe angeht. Und auch, was die Kollisionsabfrage betrifft, die er in der Vergangenheit doch immer wieder aussetzt hat. Aber das Positivste muss ich wirklich sagen, das ist wirklich The Journey. Also ich hätte es nicht gedacht, den, äh, äh, im letzten Jahr den, äh, Story-Modus, den hatte ich eigentlich nur mal kurz angespielt. Und dann hatte ich irgendwie keine Zeit und, äh, hab nie, äh, wieder weitergemacht. Aber der hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also der ist gut gemacht, das ist zwar so Seifen, äh, Oper-mäßige Story im Großen und Ganzen, aber wirklich richtig gut gemacht. Äh, das Einzige, was mich da, auch ein paar wirklich nette Überraschungen drin. Also es gibt eine Szene, der darf ich, äh, allerdings, ähm, oder möchte ich auch nix, nix spoilern, wo, äh, ich wirklich, äh, überrascht, äh, war, dass da, ja, äh, plötzlich nicht, äh, Alexander, sondern, äh, jemand ganz anders im Mittelpunkt stand. Äh, aber damit, äh, lasse ich das auch mal in Form dieser Fragezeichen stehen, ohne da irgendwelche weiteren Andeutungen zu machen. Aber das hat mir ja echt gut gefallen. Also auch reizvoll für jemanden, der so, so, gern mal einen Sportler-Drama sieht und so? Äh, äh, ja, nee, absolut. Also, wie gesagt, es ist halt schon, äh, ein bisschen klischeehafte Story, äh, das ist überhaupt keine Frage. Es geht dann halt auch hier, ne, um, äh, seine Familie natürlich wieder und seine Freunde und Rivalen und bla, bla, bla. Aber es ist halt einfach gut gemacht. Und im Gegensatz, letztes Jahr gibt's auch deutsche Sprachausgabe für die, die, äh, da Wert drauflegen. Allerdings ist EA da ein bisschen inkonsequent gewesen. Also, wie man auf die Idee kommen kann, ähm, Alex Hunter deutsch antworten zu lassen, wenn er mit Cristiano Ronaldo, der sich halt wie andere Stars, die da im Story-Modus auftauchen, selbst spricht, ähm, aber auf Englisch dann halt, ne, äh, nicht, äh, also in gebrochenem Englischen, im Falle von Cristiano Ronaldo, äh, nicht auf Portugiesisch. Aber der spricht halt mit ihm auf Englisch und Alex Hunter antwortet ihm auf Deutsch. Das ist halt schon ein bisschen peinlich. Also, da müssten schon entweder beide Englisch reden, äh, und dann bleibt es halt da mal bei den deutschen Untertiteln. Oder sie müssen halt, was weiß ich, irgendjemanden neben der Cristiano Ronaldos Dialoge, äh, halt auf Deutsch einspricht. Aber gut, wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, aber das ist, äh, letztlich eine Kleinigkeit. Also, wirklich richtig gut, kann man nur empfehlen. Das ist, äh, nur einer der Vorzüge, den, äh, FIFA 18 dieses Jahr hat. Ja, ansonsten brauche ich auch nicht viel zu sagen, äh, Thimbleweed Park auf der, äh, Switch gespielt. Richtig schön, äh, geworden. Und, äh, da ich ja sowieso einer von den Leuten bin, die, äh, das Dock, äh, quasi nie, äh, angeschlossen haben. Äh, außer um mal, äh, vielleicht ein Screenshot für Gamers Global zu machen. Äh, ja, bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich da mit Touch Control spielen kann. Äh, aber notfalls eben auch da auf die gute Gamepad-Steuerung zurückgreifen kann. Ja, aber damit kann man es auch, äh, an der Stelle, äh, dabei, äh, bewenden lassen. Äh, oder hast du noch irgendwas gespielt, was, äh, was du noch nicht erwähnt hast und vielleicht noch erwähnen möchtest? Ah, ne, uralte Kamellen vom Stapel der Schande. Da, da lege ich den Mantel des Schweigens drüber. Ah, na gut. Ja, dann, äh, würde ich sagen, ähm, ziehen wir an der Stelle vielleicht einfach mal die User-Fragen vor, denn so viele haben wir davon, äh, tatsächlich gar nicht. Die Fragen, die jetzt, äh, nach der Aufnahme bis zum kommenden Montag noch dazukommen, die werden wir dann natürlich in der kommenden Woche noch, äh, entsprechend berücksichtigen. Also, die gehen nicht verloren, da müsst ihr euch keine Sorgen, äh, drüber machen. So, und da wäre die erste Frage vom Johannes, der fragt nämlich, wer ist eigentlich Mr. G, der früher für Gamers Global ab und zu Tests geschrieben hat, unter anderem Uncharted 2. Äh, dazu kann ich nur sagen, das, äh, liegt ja etwas vor meiner Zeit bei Gamers Global, das heißt, das ist eine Frage, die müssen wir dann, äh, auf die, äh, kommende Woche verschieben, äh, wenn Jörg wieder aus Tokio, äh, zurück sein wird, damit er die dann entsprechend beantworten kann, wenn er das, äh, möchte. Und die zweite und, ja, bereits letzte Frage, die kommt vom Dotdan, der fragt nämlich, wann werdet ihr Elex testen können, beziehungsweise testet ihr es schon? Äh, dazu kann ich sagen, äh, weil, äh, ich sehr wahrscheinlich derjenige sein werde, der es testen wird, äh, nein, wir testen es noch nicht, äh, ich nehme an, dass du da auf ein großes Printmagazin, dass da einen, wie, äh, äh, es das Magazin selbst nennt, weltexklusiven Test hat, aber das ist in dem Fall auch welt, äh, welt, äh, wollte ich schon sagen, in der, äh, in dem Fall auch wörtlich zu nehmen. Ähm, ähm, ja, die haben da halt einfach einen, äh, exklusiv Deal ausgehandelt, wie auch immer, äh, warum auch immer, und, äh, von daher, äh, außer für dieses Magazin geht es für alle anderen, äh, alle anderen erst ein bisschen später los. Und, äh, ja, wann das, äh, der Fall sein wird, das weiß ich im Moment noch nicht so genau. Wir rechnen mal damit, dass da spätestens Anfang, äh, Oktober, vielleicht auch schon ein bisschen früher, dann entsprechend die Testversion, äh, zur Verfügung stehen wird. Ja. Äh, äh, und damit haben wir die Userfragen auch schon durch. Ja, sowas, so ein Mist, äh, ja, aber... Bin ich froh, dass ich da, was ich da an Einsichten liefern konnte. Das ist Wahnsinn. Ja, Hagen, so ist das. Manchmal muss man einfach nur dabei sitzen, zuhören und lernen, ne, also, äh, ja, soweit man daraus irgendwas lernen konnte, ich glaub, so viel war das nicht, aber macht ja nix. Äh, ich wollte mir ja mal selbst auf die Schulter klopfen, so, oder zumindest versuchen. Und ansonsten gibt es natürlich auch diese Woche einige neue Inhalte, die ihr auf Gamers Global lesen, beziehungsweise anschauen können werdet. Äh, äh, das geht bereits heute los mit, äh, einem Test zu Total War Warhammer 2, das der Rüdiger Steidler als Haupttester, äh, gespielt hat. Äh, aber auch Jörg hatte vor der TGS noch, äh, Zeit, ein paar Stündchen reinzuspielen. Möglicherweise, äh, hat das ja sogar auch ausgereicht, um da sich noch in Form eines Meinungskastens zu beteiligen, aber das werdet ihr dann entsprechend noch erleben. Der Thomas Schmitz, der hat für uns The Inner World, der letzte Windmönch, getestet. Das hätte normalerweise ich gerne gemacht und das wäre auch, äh, eine Sache gewesen, die ich, äh, dann in der kommenden Woche angehe. Allerdings, ähm, steht da ein, äh, anderer Testzugang zu einem Spiel, über das ich noch nicht, äh, im Detail reden darf, ähm, ist ins Haus geflogen und, äh, da werde ich mich dann wohl schwerpunktmäßig drum kümmern müssen. Ich werde trotzdem versuchen, weil bis zum Embargo ist da noch ein bisschen Zeit, auch, äh, in dieser Woche noch den Wunschreport für den September 40 zu stellen, über den er ja abstimmen konnte. Das heißt, international unter Wert verkauft, heißt der ja dem Titel nach. Und, äh, daran werde ich mich entsprechend damit beschäftigen, ob es so ist, dass, äh, beispielsweise die deutschen Entwickler in hiesigen Gefilden einen Wertungsbonus erkriegen, oder, dass die Internationalen vielleicht besonders kritisch drangehen und vielleicht auch mit der Frage, ob, äh, die deutschen Entwickler es irgendwie schaffen können, beziehungsweise was sie machen sollten oder müssten, um da international vielleicht ein bisschen besser wahrgenommen zu werden, als das im Allgemeinen. Es gibt ja auch ein paar Ausnahmen, in der Vergangenheit vielleicht der Fall gewesen ist, beziehungsweise in der Gegenwart noch der Fall ist. Ja, ansonsten, äh, der Christoph, der hat ja, ähm, auf jeden Fall schon den einen oder anderen Inhalt, äh, das war zumindest die Planung, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, zu seinem Besuch beim Bethesda-Lineup-Event auf die Website gebracht. Ich weiß, dass da unter anderem Doom VR und Doom auf der Switch geplant sind, ähm, und da könnte im Laufe der Woche dann vielleicht auch noch das eine oder andere weitere Artikelchen bei rumkommen. Ähm, der Christoph selbst, deswegen habe ich die Podcast-Aufnahme halt mit dem Hagen gemacht, der ist, äh, jetzt auf einem, äh, auf dem Weg zu einem, äh, Event in London und, äh, ja, er wird sich da ein Spiel anschauen, das wir auch namentlich noch nicht nennen dürfen. Äh, äh, Publisher ist allerdings Ubisoft, da kann man sich vielleicht an einer Hand abzählen, um welches Spiel es sich handeln könnte. Und es ist nicht South Park, das, äh, hatten wir ja schon auf der Webseite, wie ihr hoffentlich bereits gelesen habt. Wann da das Embargo fällt, das wissen wir allerdings noch nicht, aber sollte das noch in dieser Woche fallen, dann werdet ihr natürlich entsprechend auch dort dann, äh, ja, noch einen Artikel und vielleicht auch ein Video mal gucken, äh, bei uns auf der Webseite finden. Und ansonsten ist generell immer zu empfehlen, die Vorschau im Auge zu behalten, denn da kommen ja auch immer wieder mal überraschende Dinge hinzu, die wir dann für euch entsprechend zwischenschieben, um da zeitnah drüber berichten zu können. Von daher, Vorschau im Auge behalten. Und, äh, wie gesagt, heute geht's mit Total War Warhammer schon mal mit nem dicken Ding los. Ja, und damit kommen wir dann auch zu unserem Thema der Woche, das da heißt, schwer, schwerer, am schwersten Trend zu knüppelharten Spielen. Braucht man das oder braucht man das nicht, Hagen? Wie so oft im Leben ist das höchstwahrscheinlich Ansichtssache. Also hat ja beides seine Berechtigung. Ja gut, das ist schon klar. Nee, aber, äh, brauchst du das? So war die Frage gemeint natürlich. Ich brauch's nicht. Also, ich bin auch froh, wenn ein Spiel mir zumindest die Wahl lässt und hier nicht irgendwo hänge, dass ich's dann auf leicht stellen kann, weil irgendwann ist ja doch mal, wenn man auch mit Grenze Zeit hat, was zu spielen, einfach nur nervig, wenn du denkst, ah, jetzt in zwei Stunden schaff ich das und das und dann hängst du an einem miesen Moment im Spiel, wo du irgendwann auch denkst, ah, der ist doch schlecht programmiert und hast den nicht gesehen. Ähm, äh, was sind so die, äh, ja, anspruchsvollsten, schwierigsten, unnachgiebigsten Spiele, die du so gespielt hast, äh, die dir auch noch gefallen haben dabei am besten? Oder auch nicht? Ja, in letzter Zeit habe ich wieder, äh, viel, das heißt wieder, in letzter Zeit habe ich, äh, Dark Souls 3 nachgeholt, jetzt in dieser Komplett-Edition und das war schon knüppelschwer, also auch schwerer als der erste, obwohl ja viele gerne sagen, ach, das ist immer weichgespülter geworden, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben und, ja, da wusste ich natürlich auch, worauf ich mich einlasse. Das hat dann seine Qualitäten. Also du hattest, äh, die ersten beiden Teile von Dark Souls, die hast du vorher schon gespielt? Oder, äh, genau? Ja, den ersten ganz exzessiv, also mit diesem, was weiß ich, wie viel New Game Plus-Zirkel ich da hatte und den zweiten dann aus Zeitmangel nur angefangen und jetzt den dritten dann doch, äh, mit meiner Freundin, also ich spiele und sie schaut zu und, äh, manchmal, wenn es dann zwölf Anläufe braucht, äh, nimmt sie sich ein Buch oder so. Ja, man muss ja irgendwie die Zeit vertreiben, aber du fandst wirklich Dark Souls 3, äh, schwieriger als, äh, als den ersten Teil, weil tatsächlich, also ich hätte, aber ist vielleicht auch eine Frage der Reihenfolge, in der man es, äh, in der man es, äh, gespielt hat. Keine Ahnung, oder so oft wie man es, du hast es ja mehrfach durchgespielt. Naja, keine Ahnung. Ne, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, abgesehen von so ein paar einzelnen Momenten, dass, äh, Dark Souls 3 mir doch eher sogar noch ein Stückchen, äh, leichter gefallen ist. Aber, äh, gab es denn irgendeine Stelle, wo du, äh, länger gehangen hast in Dark Souls 3? Irgendein Boss, wo du langfügig gemacht hast? Also ich, ich hab richtig, richtig lange an der Tänzerin aus dem Nordwindtal gehangen. Die hat mich so fertig gemacht und, äh, eben so lange, äh, hier der Boss aus dem ersten DLC, boah, mit seinen drei Phasen, wo ich echt dachte, es ist nicht euer Ernst, wo sie ja in der ersten Phase noch so eine Attacke hat, die, äh, die ja so zu 90% das Leben weghaut. Ah, meine Fresse. Also du meinst, ähm, äh, äh, da den, äh, mit, mit dieser, ja, Mönchsfrau, äh, oder was es da ist, und wo dann der Typ mit seinem Feuertopf anfängt, äh, rumzuschlagen, ne? Genau, erst sie allein und dann zusammen mit dem, äh, Typen, mit dem, was ja ein bisschen aussieht wie so ein Herrschergefäß und dann nochmal sie in ihrer Ultraform. Ja, ja. Ja, das war schon ein, äh, übelst, äh, schwerer Kampf. Äh, wobei ich ja gehört habe, ich hab's immer noch nicht gespielt, den DLC zu Bloodborne, weil da kommt ja wohl ein Boss drin vor, der dem recht ähnlich ist, äh, äh, den Boss, über den wir gerade geredet haben, ähm, und das soll wohl, äh, auch, äh, ja, eine sehr harte Nummer sein. Aber, äh, zum, äh, eigentlichen, äh, Thema, äh, nochmal zurück. Ähm, wer, wer wird denn eigentlich von diesen, äh, schweren Spielen bedient? Man könnte ja meinen, so Dark Souls und so weiter, das ist, äh, mittlerweile dann ja auch irgendwo Mainstream, äh, angekommen. Äh, aber ist das in deiner Meinung trotzdem eher was, was jetzt, äh, eher die Hardcore-Gamer, äh, anspricht? Also, was weiß ich, so ein, äh, Super Meat Boy oder sowas, was ja nun auch nicht gerade das, äh, einfachste Spiel aller Zeiten ist. Ähm, ähm, oder ist das wirklich was, äh, womit man auch beim Massenpublikum glänzen kann? Na, an sich bietet ja auch Dark Souls so ein paar, äh, Schlupflöcher, sag ich mal, um es sich einfacher zu machen. Oft schon, aber es ist ja Nische, also es ist schon sehr spitz, gerade wenn, wenn ich überlege, wie der Dritte anfängt, wo du ja ein paar Meter gehst und dann kommt schon dieser erste Boss, der es ja wirklich in sich hat, da glaube ich, wenn du das vergleichst mit, äh, anderen Spielen, mit den vielen Hilfen, die die dir geben, ob jetzt visuell oder auch, äh, spielerisch, da so eine Frustrationstoleranz vorauszusetzen, ist, äh, absolut nischisch, äh, nischisch. Und dann hast du aber dafür als Trade-Off, als, als Gegenleistung so ein Gefühl, jetzt hättest du auch was geschafft, wenn der Boss dann mal liegt. Ja gut, also man könnte jetzt ja zum Beispiel bei den Souls spielen oder auch bei The Surge und so weiter, äh, sagen, die sind zwar sehr schwer, aber, ähm, weiß ich nicht, sie geben dir halt, äh, trotzdem, äh, eine faire Chance, um es mal so zu sagen, oder eben auch, wie du sagst, die Schlupflöcher, dass man sich da doch ein bisschen stärker, äh, hochleveln kann, wenn man das will und, äh, wenn es einem irgendwie hilft, ähm, wo ziehst du denn da die Grenze? Also wäre so ein Spiel mit, äh, Permadeath zum Beispiel für dich, ähm, käme das für dich überhaupt in Frage? Ah, nee, da ziehe ich bei mir dann doch die Grenze, weil ich dann sag, wenn wirklich Permadeath ist und der ganze Fortschritt, den ich hatte, weg ist, dann nochmal einzusteigen, das wäre mir nichts. Ich hab auch Erfahrungen gemacht mit Spielen, die ich nicht zu Ende gespielt hab, weil ich halb durch war, dann hat es aus irgendeinem Grund, äh, den Spielstand zerschossen, da hat das, das war selten, dass ich dann weitergemacht hab und wenn dann irgendwie wirklich ein paar Jahre später nochmal, wenn, wenn da Gras drüber gewachsen ist. Hast du, äh, bei solchen Spielen, ich meine, das ist zumindest auf PC, gibt's ja da, äh, ohne weiteres, äh, im Regelfall Möglichkeiten zu, äh, auch, äh, schon mal irgendwie einen Trainer oder sowas benutzt, ähm, ähm, um, ja, die das Leben leichter zu machen, so Unsterblichkeit oder, keine Ahnung, die Trefferpunkte auf, äh, ein absolutes Maximum hochgesetzt, schon mal sowas benutzt oder würdest du das nicht machen, würdest du dann eher sagen, nee, dann spiel ich das Spiel gar nicht, wenn ich das brauche? Also, um, um Spiel zu schaffen, tatsächlich noch gar nicht, also früher bei so alten GTAs und so, da ist das ja auch für mich ein Teil vom Reiz gewesen, mal mehr irgendwelche lustigen, äh, Waffen oder Fahrzeuge herzucheaten und dann zu sehen, äh, wie lange ich da durchhalte gegen die Polizei, aber, so, den, den Moment zu haben, wo ich, äh, wirklich nicht weiterkomme und es gleichzeitig unbedingt weitersehen will, das hatte ich auch wirklich noch gar nicht, da ist ja auch selten so, würde ich jetzt behaupten, also auf der Hüfte geschossen, wenn das wirklich so ein schweres Spielerlebnis ist, dass es nicht um die Spielmechanik im Kern geht, wenn, wenn ich dann genug davon hab, dann lass ich's halt sein und dann hat das Spiel jetzt auch nicht irgendwas Besonderes, dass ich sag, oh, ich möchte unbedingt noch, äh, das Ende von der Geschichte sehen. Ja, aber, äh, war denn zum Beispiel, um beim Beispiel Dark Souls zu bleiben, der Schwierigkeitsgrad ein Grund für dich, Dark Souls zu spielen oder sind das doch eher andere Sachen, die dich da dann, äh, reizen, da in die Spielwelt, äh, reinzugehen und, äh, ja, halt einfach die Bosse zu legen? Beim allerersten Dark Souls, äh, war das wirklich auch, glaub ich, äh, für mich so ein Anreiz. Also ich hatte da viel über Demon's Souls schon gehört zu dem Zeitpunkt, aber das nie spielen können und hat genannt, ah, dann kommt da das Nächste, super, mach ich mal, äh, fand das Kampfsystem halt so wunderbar, aber ich bin auch jemand, der, der viel Spaß hat, immer wenn er eine neue Waffe findet, die erst mal aufzumachen, Gegenstandsbeschreibung, ah, und so, und so passt das in die Geschichte mehr oder weniger. Jetzt, äh, ist es natürlich so, dass die, äh, ja, richtig schwierigen Spiele, also auch wo mit, äh, Permadeath und so weiter dann auch ganz gerne gearbeitet wird, das sind ja zumeist dann eher Indie-Spiele, ähm, also da kann man doch sicherlich sagen, da wird, äh, doch tatsächlich eher, äh, die Nische, von der ich eben sprach, dann, äh, bedient, weil die greifen jetzt ja im Regelfall, wenn es halt kein Super-Meet-Boy ist, irgendwas, was, äh, gehypt worden ist und sich dann entsprechend verkauft, ob es dann im Einzelfall immer gespielt worden ist von den Spielern, ist dann ja eine andere Frage, äh, weil das, äh, werden dann ja auch keine Millionen-Seller, aber es ist ein Verkaufsargument geworden, äh, wir sind besonders schwer. Ja, ja, so der, der Reiz von der Herausforderung würde ich auch sagen, ich meine, äh, dann gibt's ja auch für die Leute, die sich dem gern stellen, den Reiz, das noch richtig gut zu machen und dann kommt's halt, dass ich zum Beispiel für den Kampf, den wir grad meinten, der so schwer ist, äh, gucke, wie haben das denn andere Spieler gemacht und muss sehen, wie den irgendjemand auf Level 1 ohne Schild macht und, ja, das ist dann auch der Reiz für die Leute, ja, das ist ja noch spitzer die Nische, die sich da so richtig rein vertieft und, äh, die da den Reiz auch zieht aus dem Spielsystem, das funktioniert, das fair ist, aber gleichzeitig halt, äh, sackschwer. Ähm, ähm, und, äh, vielleicht nochmal auf, äh, Spiele bezogen, äh, die jetzt, äh, ja, nicht nur, äh, den schweren Schwierigkeitsgrad bieten, wie eben Dark Souls oder so oder eben, äh, Super Meat Boy, ich nenn immer die gleichen, äh, Spiele als Beispiel, aber es kommt wahrscheinlich auch gar nicht von ungefähr, ähm, ähm, aber, äh, wie machst du das denn zum Beispiel bei Spielen, die dir die, äh, wahrlassen? Äh, zum Beispiel, was weiß ich, Dead Space, das ist auf dem, äh, da gibt's ja auch einen Permadeath-Modus theoretisch, aber auch noch ein paar höhere Schwierigkeitsgrade, die halt schon, äh, erheblich anspruchsvoller sind, als wenn du das Spiel auf normal oder, äh, nur auf schweren Anführungszeichen spielst. Äh, bist du dann auch einer, der, ähm, sich bei solchen Spielen dann sagt, so beim zweiten Durchgang oder beim dritten, im Regelfall muss man die ja erst noch freischalten, die Schwierigkeitsgrade, der sich dann freiwillig da auch nochmal der Herausforderung stellt oder ist dir das, wenn du die Wahl hast, dann nicht mehr so wichtig? Da halte ich's wirklich mit dem ersten Durchgang meistens auf normal, aber wenn's mir richtig, äh, gut gefallen hat, äh, kommt das durchaus vor, zum Beispiel, äh, wo ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war The Evil Within, das ich sehr schön fand von seinem ganzen Design und sogar auch die Geschichte, auch wenn ihr die sehr komisch erzählt und da hab ich dann auch, nachdem ich fertig war, direkt gleich nochmal und dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ja, ja gut, ich mein, wenn man's natürlich auch schon kennt und bei den Bossen weiß, was man tun muss, äh, dann, äh, wäre ein nochmaliger Durchgang auf normal, gegebenenfalls, äh, dann vielleicht auch sogar eine Ecke, äh, zu leicht. Was, was gab's da für Schwierigkeitsgrade nochmal, wenn man's durchgespielt hatte? Gab's dann nochmal einen neuen, äh, zu, zu, zu schwer, also noch einen vierten? Ja, genau, die hatten noch den Akumu, glaub ich, also es gab ja schon vorher, normal, überlebend und schwer, also die hatten auch so komische Namen und bei Akumu war dann wirklich Pörmadev, aber da hat's mich dann auch nicht gereizt, das auszuprobieren, äh, gerade bei, äh, Evil Within mit seinen Fallen und so, da reicht ja einmal nicht aufgepasst. Ja, ja, klar, nee, das ist, äh, das, das wird dann, äh, schon, äh, schon eine Ecke zu hart wahrscheinlich. Nee, also, wie gesagt, ist bei mir, äh, auch nicht, auch nicht anders, äh, wobei das in letzter Zeit, muss man sagen, nachgelassen, das liegt aber wahrscheinlich bei mir daran, äh, dass ich zwar sehr viele Spiele spiele, aber, äh, ich, äh, selten die Zeit habe, sie wirklich noch ein zweites Mal zu spielen, äh, aber wie gesagt, es kommt, äh, halt, äh, immer, immer drauf an, also ich meine, äh, wie gesagt, wenn man erfahren, äh, ist in, äh, in dem, in der Spielmechanik, äh, ja, dann schaltet man gegebenenfalls automatisch dann, äh, noch einen Schwierigkeitsgrad hoch, weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das war das, äh, Dead Space, äh, 3, äh, damals, das hab ich, äh, auf jeden Fall auf dem zweithöchsten, glaub ich, äh, vorhandenen Schwierigkeitsgrad gespielt, äh, ähm, der zum Start zur Verfügung stand und, äh, da hat man schon gemerkt, dass ich, äh, einige Male das, äh, Dead Space 1 durchgespielt habe, weil ich fand das trotzdem streckenweise zu leicht. Ich hab erst zurückgeschaltet, im letzten Level, äh, ähm, äh, weil ich da an der Stelle, äh, äh, einfach nicht, äh, weitergekommen bin und mich nur geärgert hab, äh, aber noch mehr geärgert hab ich mich danach, äh, als ich dann, äh, direkt im ersten Versuch, nachdem ich eine Stufe runtergestellt, äh, hatte, weitergekommen bin, denn dann kam der finale Bosskampf, der so pipi einfach war, also wirklich so ein paar Meter weiter, wo ich die Stelle erreicht hätte, die ich hätte erreichen müssen, äh, ja, und das hat mich geärgert, weil dadurch hatte ich halt das ganze Kapitel dann halt nicht als, auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt markiert, naja. Ja, das ist vielleicht aber wirklich auch nochmal so ein interessanter, anderer Aspekt, jetzt, äh, so ein Super Meat Boy, wo es dann einfach, äh, schwer und die Herausforderung und die Belohnung, wenn du es schaffst, oder so ein Horrorspiel wie Dead Space oder E-Boo Within, wo, wenn's zu einfach ist, der, der Horror ja auch weniger da ist, ne? Ja, nee, das ist klar, also so ein bisschen, äh, wenn das anspruchslos wäre, äh, und du nicht auch mal ins Gras beißt, zumindest beim, äh, ersten Mal, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann wird dem Ganzen sicherlich auch ein Stück weit, äh, Atmosphäre, äh, Atmosphäre flöten gehen, Atmosphäre flöten gehen, und, äh, ja, also wie gesagt, aber da ist halt wichtig, dass das gut ausbalanciert ist, ne? Und, äh, wie du zum Beispiel bei Evil Within sagst, also, wenn man da jetzt ständig irgendwo wirklich in eine Falle läuft und, äh, äh, der, äh, wie heißt der, Sebastian Castellanos, äh, äh, da, äh, ja, effektreich vor einem ablebt, äh, ja, das, äh, wird dann natürlich, äh, auch keinen Spaß mehr machen, weil dann geht die Atmosphäre, äh, Atmosphäre in anderer Hinsicht, äh, verloren. Ja, dann lässt du dich ja nicht mehr reinfallen, wenn du ständig dasselbe machst. Ich hatte sowas beim ersten Dead Space, was ich dann auch nochmal auf schwer gespielt hab, und da ist ja zwischendurch das, wo du auf Meteore schießt, die auf das Schiff fallen, äh, mit so einer Kanone, und bis dahin fand ich das super, aber das war dann so, so ein dumm, so ein dummer, äh, Geschütztorben-Moment, wo ich wieder und wieder gestorben bin, was für mich auch überhaupt nichts gebracht hat zum ganzen Rest. Ja. Ja, nee, wenn der Hengst ist halt doof, und dann wirst du halt froh, wenn du das auch nochmal nachjustieren kannst. Ja, ja, das Lustige war damals, äh, als ich das Dead Space gespielt habe, das war bei mir so die, äh, die Zeit, in der das angefangen hat, dass ich auf, äh, Achievements so ein bisschen scharf war. Und, ähm, äh, da gibt's halt ein Achievement, das heißt Genialer Techniker Stufe 3, äh, bei Dead Space, ne? Hab ich gedacht, ja, Stufe 3, ne, das ist der schwere Schwierigkeitsgrad. Ja, und ich hab das auf schwer gestartet, äh, und auch auf schwer durchgespielt, und du musst ja im Prinzip dann auch hier so New Game Plus, äh, mäßig, äh, das weitermachen, damit du die, äh, Waffen, äh, alle entsprechend aufwerten kannst, weil du kriegst ja ansonsten nicht genügend Energieknot und so weiter. Ja, das Blöde ist nur, dieses Achievement, das gibt's nicht für den schweren Schwierigkeitsgrad, sondern für den, den, äh, nach einem einmaligen Durchspielen freistellst du. Übrigens auch, nachdem du es auf leicht durchgespielt hast, ne? Das, äh, ja, ist egal, das hat mich natürlich im Nachhinein geärgert, aber, äh, und da merkt man's auch dran, äh, es hat sich, äh, bemerkbar gemacht, dass ich's, äh, ja, schon zweieinhalb Mal auf, äh, schwer, äh, dann quasi durchgespielt hab, als ich den Durchgang gemacht hab, weil auch da hab ich dann, äh, komplett, aber so ist Dead Space wahrscheinlich auch als der erste Teil, äh, im Zweifel am einfachsten, wenn du, äh, wirklich nur mit dem Plasmakator spielst, nur den aufwertest, nur den ausgerüstet hast, weil ansonsten, äh, wenn du zu viele Waffen bei dir trägst, dann droppst du Munition für die anderen Waffen, die du nicht aufgerüstet hast, ich mein, passiert so dann, äh, auch, äh, hin und wieder mal, aber, äh, für den Plasmakator, wenn du nur den hast, äh, dann, äh, ja, fällt immer genug eigentlich ab, äh, also er muss sich schon ständig daneben schießen, äh, dass das, äh, irgendwie dann am Ende nicht mehr funktioniert. Naja, ja, aber so viel zum, äh, Thema, äh, der Woche, also ich mein, dass es, äh, einen Markt dafür gibt, äh, äh, darauf, äh, können wir uns einigen, ähm, und ja, auch da so zumindest in Teilen, aber das sind wohl eher einzelne Spiele, wie eben zum Beispiel Dark Souls, die dann natürlich auch in der Berichterstattung, äh, in den Medien, äh, ja, besonders herausstechen oder, äh, eben einfach von sehr vielen aufgegriffen werden, äh, die sich dann auch mal in den Massenmarkt bewegen, äh, können, aber ansonsten, äh, doch tendenziell wahrscheinlich immer noch eher, äh, etwas, äh, das, ja, ja, Core-Gamer, wie man es so schön nennt, äh, vielleicht eher doch ein bisschen stärker, äh, ja, anspricht, als das beim Mainstream-Publikum, äh, der Fall ist und ich denke auch, das wird sich wahrscheinlich, äh, im Laufe der Zeit, äh, nicht so schnell ändern, dass das mal anders wird. Naja, würde ich dir zustimmen, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch durch für diese Woche, äh, wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr wart gestern hoffentlich wählen, äh, ob eure Entscheidung gut war, das, äh, wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht, aber, äh, wir werden es, äh, sehen und wünschen damit, äh, ja, allen Zuhörern, äh, alles Gute und dem Hagen natürlich sowieso und dem Hagen danke ich an der Stelle auch ganz herzlich nochmal dafür, dass er so kurzfristig, äh, bereit war, an unserem Podcast teilzunehmen. Ja, danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war der Game of Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamosglobal.de. Das war der Game of Global Podcast.